so herzlich willkommen bei let's play rainbow six ich bin dabei aus wie sie und auch hier zur stelle sehr gut okay dann startet gleich mal die runde werde ich sagen legt mal gleich los eine lockere runde zum aufwärmen und zum starten in den tag abend oder morgen je nachdem wann man das hier wohl sieht aber diese uhrzeit ist ein bisschen schwer aber ich glaube das schaffen mit dabei sind der fedorian 89 der reptilek einmal und hier gibt es nur einmal vorsicht und sekund 0 oder sekund wo soll es denn ohne den 0 sein 0 0 also euch schöne grüße gell so sind wir auch gleich drin perfekt ach ja die grenze sind immer team blau ich bin mal wieder orange sein warum bin ich gerade orange im letzten match jeder war blau so wie nehme ich denn ich weiß nicht angreifer finde ich immer im schwersten zu wählen ich meine ich mag pack ganz arg ich nehme termite fast grad auf dieser map gibt es halt so viele große flächen glas ist zwar ganz lustig aber vielleicht bleibt mir eher was wenn zum richten wie heißt das gebiet noch mal ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja im großen haus da herr ich hab sie schon gefunden so auf und rei tage warte zache schade nicht die drohne ist weg das hinter dir her nicht in die schublade rein oder ich weiß nicht schlecht eigentlich ich bin wieder der wo nach den kameras gucken muss irgendwo war noch eine direkt im gang hier innen drin die hat sich immer gewaltig weil ich vergesse die immer hier ist auch irgendwo die habe ich glaubt noch nie gefunden irgendwie da scheine da ist sie weiß ich noch das macht es muss weg Okay, probieren wir was anderes. Okay, ich mach das jetzt so. So. Okay, okay. Okay. Hier 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 hier. ich will hier wenn schon herunterspringen ich muss nur schauen ob what the fuck achtung oben in der zweiten etage ist ein recruit irgendwo alles klar boah bin ich gerade erschrocken das ist der recruit ich wollte gerade in meine drone gehen und unten gucken ob da irgendwas ist und dann kommt ja wenn man schießt mich das nieder das ist immer so ein what the f moment nichts ahnend und boom ich hab dich gesehen das habe ich nicht gesehen toll das war langweilig für mich ich war gerade in der drohne in dem moment ich hab das live gesehen die waren alle unterwegs ja die runde wird jetzt besser für mich gar nichts gelaufen ja was soll ich sagen wenn wir was auch nicht besser bringt hier kaum was es gibt so viele und so große wege die kannst du eigentlich gar nicht alle abdecken aber der hat ein nitro handy ja 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 warte mal ich nehme mir noch schnelles schild so jetzt ich will mich wieder mein lieben kasse ich weiß gar nicht wo ich meine meine jammer hinlegen soll groß ja das fällte ich ziemlich groß ich hatte schwegen du kannst nix machen so nur noch 10 sekunden hier eins hin was kommt die Tür 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 da ich glaub ihr wolltet nicht rein ich schon aber egal ja doch komm ich kann aufmachen ne dann halt eben nicht aber das ist nicht so Was geht denn da ab? Alter, was denn hier ist so neblig? Wow, aber grad noch so Oh, komm schon! IQ hat doch schon so viele Hits gekassiert und da fehlt aber nur ein Viertel von ihren Herzen da Von ihrem Leben, was? HP, Kraftpunkte, wie man's nennen will Ich hab nur noch 2, 22 Das war bei mir grad übelst krass Alter, was geht ab, der Junge Junge Oh, jetzt ist er schon weg, oder? Ne Wo war er? Come and schnapp sie dir, come and schnapp sie dir, die IQ Wo waren die? Die war hier in der Nähe, in der unteren Etage, irgendwo What the fuck Ah, da Schöne rote Markierung Gar nicht mal so zu übersehen Da war sie! Ja, schießt das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo ist er da, wo er gestorben ist? Da hat die rausgelunzt Hier, oder? Da, wo er gestorben ist Da hinten mein ich Da? Ja Ich mein schon Ich sicher Nein Weil ich sehe unsere Kollegen da grad nicht liegen Da ist nicht aufgesprengt Ja gut, aber das war ein Firmide, wie man sieht Ja, aber der war schon längst tot Ich glaube aber kaum, dass IQ die ihn entsprengt hat Alter! Ich hab mich grad mega erschrocken Oh, verdammt Oh, verdammt Schade So, ich nehm jetzt mein Fuse Und Na, nehm mal die So Oh, so, ich geh mal mit Twitch an den Start Eins Eins Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren So Echo Schützkola verhext Schöne Name Lž Sehr schön. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert Schrapppapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap So, wir sind zur zweiten, ne? So, drei Kameras von... ich glaub acht schon vernichtet Nice Zwei raus Oh Gott Aua Das war mein Mikro Ah, ich glaub ich will hier unten rein gehen Ich war doch hier, ne? Ne, ich bin doch nicht doof Die Elektronik... ich überprüfe den Umkreis Komm aus, komm aus Pult ist verletzt, da wo ich liege Der Bio-Gefahrgut-Behälter ist gesichert Wow Oh, ich hab überlebt Warum hab ich den nicht gesehen? Bin ich blind? Wir sind eindeutig aus der Übung Egal, es hat gekloppt So was, I was like, take my feet to your face, Puls Oh, okay, komm, die Runde schaffen wir Wir lagen beide so schön dran, weißt du? Ja, klar Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht Hab ich meine Füße voll in sein Gesicht gebrettert Schade, er scheint nicht so Rede-bereit zu sein Nö So ein klein wenig traurig Aber, nun gut So isch das So Ah, meine Störe ist ein bisschen fleißig Ich merke schon Ich merke schon Klar haben sie nicht gefunden So, wo stell ich mich hin So 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 Jo Ich hätt' alles im Blick Warte doch, das ist da oben nicht kaputt Warte doch, das ist da oben nicht kaputt Pass auf Pass auf Ich bin klar, haben sie nie umgefahren mit Behälter entdeckt So 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 What weiß dass ich hier hinten bin aber auf der anderen seite habe ich das momentum rechts links 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 und wieder aq oh mein gott ich war mir nicht sicher wo sie genau stand da war ein bisschen verwirrend ist rechts dann links hey was ja da müssten merkmal wie türe oder fenster sein er muss auch wieder reinkommen was wie du ich bin der totalen und sieht ich schulde die von einem kopfschuss geht ich dir 30 es kann nicht sein doch ja ich zähle für die aktion wo du an dem einen tag da gebracht hast was ich ist die tür safe ja ja boh bumm oh ich hab die andere tür gemeint als stopp ich fühle mich gemobbt so boh was war das halt ich mach zu nein 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 mach wieder auf die drohnen der gegner hat den jungen aus dem der helder lokalisiert so du wurdest entdeckt warum eigentlich ich bin eingang ist sicher ja ja unter der großen tür alt und warum werde ich hier entdeckt irgendwo ist hier noch eine drohne ja aber ich weiß nicht wo hier kannst du mich nicht sehen das heißt wo ich bin ja ja sch ich k Schildträger Was? Alter, wie das Ding geflogen ist Ja Da hab ich ja null Chance Die haben sie nicht viel zu leicht hier grad Dann guck mal die hier wieder zu Wir kriegen ja noch zwei von diesen Zweimal diesen Raum hier, das ist ärgerlich Ja, mega Oh oh Ich glaub da kommen sie sich auch gleich durch Ich hab irgendwas piepen hören Ja, bleib mal da, ja schmal Ja Jo, jetzt sind sie nicht Schade Ah Pssst Alter So Vielleicht links von mir ist da noch rein, mein ich Ah, da läuft grad einer irgendwo Wer rein hat jetzt schon Oh oh Und wieder IQ Warum wundert mich das irgendwie nicht Mit der hast du heute ne Irgendwie Ach komm sie hat mein Sie hat mein Mütchen gesehen Als ich ums Eck bin Ja Unglaublich, man wär ich doch gekrochen Ja Wär sie vielleicht in mich reinmarschiert Nun ja Ja Ich bin vor dir Haha So Gut ähm Wir verabschieden uns dann für heute Wir sehen uns das nächste Mal Von mir aus Ciao Es war eine harte Runde Aber Wir machen's beim nächsten Mal besser Auch von mir Tüdüdü Bye